Herzlich willkommen bei diesem Let's Play zu Sudden Strike 1 Gold. Wir werden die alliierte Kampagne spielen. Die leichteste der Original-Kampagnen, vor denen ich großen Respekt habe, weil das Spiel damals durchaus eine Besonderheit war für jene, die es nicht kennen, ganz kurz. Wie man hier unschwer erkennen kann, weil das jetzt hier die Deutschen sind und nicht die Amerikaner, beziehungsweise Alliierten, handelt es sich um ein Echtzeitstrategiespiel, dessen besonderer Twist ist, dass man nicht Einheiten baut, sondern mit dem klarkommen muss, was man von Anfang an hat. Das heißt, alles, was hier gerade in die Luft geht und zerstört wird, ist weg. Und das macht halt auch den besonderen Reiz an, weil man mit begrenzten Mitteln die Missionen schaffen muss. Dabei gab es technisch jetzt für das Let's Play zwei Dinge zu beachten. Einerseits, wenn ihr das sehen werdet, werdet ihr das wahrscheinlich bei einem Full-HD-Fernseher beispielsweise mit Balken links und rechts sehen. Das liegt einfach naturgemäß daran, dass das Spiel damals in maximal 1024 mal 768 Auflösung war. Und wenn man es hoch skaliert, das hätte man nicht das Original-Flavor, weil dann der Ausschnitt, den man sehen würde, ein anderer wäre als im Original. Und, ui, hier kommen einige Bomber. Und zweitens, in den Menüs des Spiels gibt es in der Steam-Variante einen Fehler, dass man erstens keinen Sound hat bei den Missions-Briefings, die ich dann einfach kurzerhand vorlese, das geht höchstens 30 Sekunden. Und dass, wenn man im Menü ist, in der Aufnahme, das ein bisschen nicht über den ganzen Bildschirm zu sehen ist. Aber das soll uns keinen Abbruch machen, weil das vielleicht alle 2-3 Videos mal 30 Sekunden geht, denen es leider nicht ganz so hübsch ist. Und an dieser Stelle bleibt mir sonst nichts anderes übrig, als euch viel Spaß beim Let's Play zu wünschen. Und doch als letztes darauf hinzuweisen, ich werde zwischendurch natürlich den Fortschritt speichern, aber wir werden nicht zu älteren Save-Games zurückgehen. Wenn, dann werden wir die Mission komplett neu starten. Das heißt, wenn das jetzt die Mission hier wäre, würde ich durchaus einsehen, hier jetzt zu speichern, einfach um den Fortschritt zu speichern. Oder weil ich einfach danach jetzt Pause machen möchte beim Let's Play, bevor es in der nächsten Folge weitergeht. Aber ich würde nicht jetzt speichern und dann zum Beispiel diesen Panther hier vorschicken, um zu scouten, wo der Gegner hier steht, und dann neu laden, um es dann besser zu machen. Das werden wir nicht machen. Das heißt, jeder Verlust ist ein echter Verlust. Viel Freude beim Let's Play!